moin leute was geht mal wieder mein name ist youtube gamescom auf der sony playstation 3 und wir spielen heute mal ps home ja ich möchte euch einfach mal ein paar sachen sagen ihr wisst ja das ist jetzt little big planet hier der homeplatz hat sich wirklich richtig verändert muss man wirklich mal so sagen und aber ihr könnt jetzt auf jeden fall heute die taschenkamera benutzen können zum beispiel dinge fotografieren hier und die werden dann halt eben auf eure ps3 geladen da könnt ihr diese sachen angucken finde ich ganz nette sache muss ich sagen jetzt habe ich gerade zwei schnitzel gegessen und jetzt legen wir mal los so little big planet also hier hat sich schon was ordentlich getan hier seht schon hier überall bunte farben hier und leute schweben hier rum so wir haben da vorne der sieht aus wie kronk kronk von minecraft spaß so ja wollen wir mal ein bisschen feiern würde ich sagen abonnieren wir mal hier und tanzen gleich mal einen coolen sound hier so salzer wo wir ab gehe ab man und noch ein bisschen gar so das reicht jetzt erstmal was haben wir denn da die chillout area haben wir hier ja da wackelt alles rum hier wo was denn das hier wo irgendwas machen so taschenlampe jetzt erstmal weglegen gehen wir mal dahin was haben wir hier eine art uhr ja da ist es halt einfach little big planet karting das ist ja mal cool das gibt es ja gar nicht es ist wahnsinn hier aber das ist einfach alle mal auf dem ja auf dem platz wenn eine ps3 hat viele sagen sich ps home ist das gut ist es nicht langweilig ist das nichts für single nein leute los stellt euch einen coolen avatar ob weiblich oder männlich egal chillt hier ein bisschen rum und lasst euch einfach gut gehen ja das war ein kleiner rundkurs des ps home platzes und ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal euer 2gamescom see you later sorry ich muss mich wieder entsetzen alle geht da ciao